Erholung pur, direkt am Neckar. Genießen Sie im Anker in Freiberg eine wohltuende Auszeit von Alltag und Stress. Fühlen Sie sich in freundlicher Atmosphäre und in unseren gemütlichen, liebevoll eingerichteten Zimmern wie zu Hause. In unseren Ferienwohnungen bieten wir Ihnen allen Komfort und sorgen für einen rundum gelungenen Aufenthalt. Unser reichhaltiges Frühstück aus frischen Produkten macht Sie fit für erlebnisreiche Urlaubstage und Ausflüge in die Umgebung. Entdecken Sie auf Wanderungen oder Radtouren die idyllische Landschaft des Neckars oder unsere beeindruckenden Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Wir beraten Sie und sind Ihnen gerne bei der Urlaubsplanung behilflich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Anker.